Hallo liebe Freunde von Assassin's Creed, in diesem Video werde ich den Assassin's Creed Film von vorne bis hinten in chronologischer Reihenfolge erklären. Dadurch sind natürlich lauter Spoiler enthalten und ich empfehle euch dieses Video nicht anzusehen, wenn ihr den Film noch anschauen wollt. Der Film als auch die Geschichte beginnen 1492 mit der Einführung Aguilas in den Assassinenorden. Er bekommt seinen linken Ringfinger abgeschnitten, wie das damals üblich ist und bekommt außerdem seinen Auftrag. Er muss den Prinzen Ahmet da Granada vor den Templern beschützen. Diese wollen ihn fangen, um ihn später gegen den Edenapfel einzutauschen. Die Templer können den Prinzen fangen und wollen ihn auf einem Karren wegtransportieren. Aguilar kann zwar den Karren einnehmen, beide stützen allerdings von der Klippe und können sich nur noch mit eines Seilwerfers festhalten. Oben auf der Klippe wartet allerdings ein Templer und nimmt alle fest. Maria, Aguilar und den Prinzen. Die Templer wollen ihren Sieg feiern, indem sie die Assassinen Aguilar, Maria und den Mentor der Assassinen auf einem Scheiterhaufen verbrennen wollen. Allerdings kann sich Aguilar von den Ketten befreien und rettet außerdem Maria. Beide können entkommen. Die Templer sind allerdings immer noch in Besitz des Prinzens. Es soll zu einem Austausch kommen. Prinz gegen Edenapfel. Maria und Aguilar mischen sich ein. Es kommt zu einem Showtime, bei dem so ziemlich alle sterben, bis auf Aguilar und den Anführer der Templer. Der Edenapfel konnte von Aguilar gesichert werden. Er bringt diesen zu Christopher Kolumbus, der ihn in sein Grab nehmen soll. Der Film geht weiter im Jahre 1986. Der junge Kalum Lünsch findet seine Mutter tot und zieht seinen Vater mit einer blutigen Klinge. Daraus schließt er, dass sein Vater seine Mutter aus unbekannten Gründen umgebracht hat und flieht. Man weiß wenig über Kalum Lünsch weiteres Leben, außer, dass er irgendwann einen Zuhälter ermordet hat und deswegen die Todesstrafe verhängt bekommt. Die Hinrichtung von Kalum Lünsch erweist sich als Fake. In Wahrheit haben ihn die Templer entführt und wollen von ihm, dass er in den Animus steigt, um die Erinnerung seines Vorfahren nachzuerleben. Sie wollen den Edenapfel. Kalum, der ziemlich angepisst von den Assassinen ist, da sein Vater seine Mutter assassiniert hat, schließt sich mehr und mehr den Templern an. Dadurch wird er zum Ziel der anderen Assassinen, die sich ebenfalls im Abstergo-Gebäude unter Gefangenschaft befinden. Seine Einstellung wandelt sich nach und nach, während er die Erinnerung seines Vorfahrens nachempfindet, als auch wegen des Gesprächs mit seinem Vater, der ihm weismacht, dass er seine Mutter nur getötet hat, damit sie nicht in den Animus kommt. Es stellt sich heraus, dass die Mutter anscheinend aus freien Willen gestorben ist. Doch es ist bereits zu spät. Kalum hat die notwendige Erinnerung freigeschaltet. Die Templer wissen nun, wo der Edenapfel ist. Es kommt zu einer seltsamen Zusammenkunft vergangener Assassinen und seiner Mutter, ähnlich wie dem Nexus aus Assassin's Creed Revelations. Kalums Einstellung ist nun vollkommen den Assassinen zugewendet. Zusammen mit den anderen Assassinen kann er sich befreien. Währenddessen kommt es zu einem Streit zwischen Alan und Sophia Ryken, den beiden Zuständigen des Animus-Projekts. Sophia Ryken dachte, mit dem Apfel könnte man verhindern, dass Menschen gewalttätig werden. Alan Ryken will dagegen den Apfel verwenden, um sämtliche Assassinen auszumerzen. Immer noch wütend auf ihren Vater, verhindert sie nicht, dass Kalum Lynch in den Templerorden eindringt und ihren Vater tötet. Als sie allerdings die Leiche ihres Vaters sieht, bereut sie ihre Entscheidung sofort wieder und beginnt, Kalum zu hassen. Sie schwört Rache. In der finalen letzten Szene sehen wir Kalum Lynch mit dem Edenapfel in der Hand.